Willkommen zurück. Heute geht es um gemischte Strategien. Wir hatten ja schon bei dem Spiel Steinschere Papier gesehen, dass es Spiele gibt, in denen kein reines Gleichgewicht existiert. Was ist ein Gleichgewicht in reinen Strategien? Das ist also ein Gleichgewicht, bei dem jeder Spieler eine bestimmte Strategie, eine reine Strategie mit Sicherheit benutzt. Und bei Steinschere Papier war das auch nicht besonders sinnvoll, denn wenn zum Beispiel ein Spieler immer Stein benutzt, dann würde er natürlich immer verlieren, weil der andere Spieler relativ schnell das mitbekommt und dann darauf reagiert und mit Papier immer gewinnt. Also wäre es keine gute Idee, in solchen Spielen eine feste Strategie zu spielen. Ein anderes Spiel, was noch ein klein wenig einfacher ist als Steinschere Papier, ist Matching Pennies. Das funktioniert auf folgende Art und Weise. Beide Spieler legen je einen Penny verdeckt auf den Tisch. Und dann gibt es die folgende Regel. Der Spieler 1 gewinnt, wenn beide dasselbe oben liegen haben, also wenn beide zum Beispiel Zahl oben liegen haben oder wenn beide Kopf oben liegen haben. Man nennt dann auch den Matcher. Und dann gibt es noch den zweiten Spieler, das ist der sogenannte Mismatcher. Der gewinnt, wenn die beiden Pennies nicht gleich sind. Also wenn Kopfzahl oder Zahlkopf da ist. Und das kann man in diesem ganz einfachen 2x2 Spiel darstellen. Das ist der Spieler 1. Der Spieler 1 bekommt die Auszahlung 1, wenn Kopf-Kopf gewählt wird oder Zahl-Zahl gewählt wird. Und Minus 1 ansonsten. Und der Spieler 2 bekommt eben immer dann eine 1, wenn er sich hier außerhalb der Diagonalen befindet und ansonsten eine Minus 1. Und Sie können natürlich leicht erkennen, dass bei diesem Spiel, genauso wie bei Stein, Scherer, Papier, es nicht sinnvoll ist, dass man immer dasselbe macht, weil dann würde man sofort durchschaut und der andere Spieler würde immer gewinnen. Das heißt, insbesondere wenn man dieses Spiel oft gegen denselben Gegner spielt, sollte man randomisieren. Und man sollte es absichtlich machen und man sollte es so gut machen, dass der andere einen nicht vorhersagen kann. Und das ist genau die Idee von gemischten Strategien. Man wählt absichtlich eine randomisierte Strategie, also eine Zufallsstrategie. Wie können wir das aufschreiben? Wie können wir das als Strategie benennen? Die Notation, die ich hier benutze, ist die aus dem Buch von Tadeles, weil ich sie etwas besser finde und weil sie auch eigentlich die Standardnotation in der Spieltheorie ist. Bei dem Buch von Gibbons werden Sie eine andere Notation finden, die ich nicht ganz so glücklich finde. Das nur zur Information, falls Sie das mit dem Buch von Gibbons arbeiten. Wie schreiben wir also eine gemischte Strategie hin? Das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, formal gesagt, über die reinen Strategien. Was muss gelten, da es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist? Erstmal muss natürlich gelten, dass jede Wahrscheinlichkeit größer gleich Null ist und außerdem müssen alle Wahrscheinlichkeiten sich zu 1 addieren, weil irgendeine Strategie, irgendeine reine Strategie muss gewählt werden. Wie liest man jetzt diesen Ausdruck hier? Sigma steht immer für unsere gemischte Strategie. Sigma I von SI gibt nun genau die Wahrscheinlichkeit an, mit der die reine Strategie SI gespielt wird. Und wie gesagt, alle Wahrscheinlichkeiten müssen sich natürlich zu 1 addieren. Also Sigma I ist ein Vektor und Sigma I von SI ist eine bestimmte feste Wahrscheinlichkeit. Man kann auch von der Menge der englischen Strategien sprechen. Das wird oft mit diesem Simplex, großes Delta hier, bezeichnet. Simplex ist ansichtlich eine Menge, die genau diese Eigenschaften hat, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeiten sich zu 1 addieren und dass jede positiv ist. Wenn wir nur zwei Strategien haben, so wie bei Matching Pennies, dann ist klar, dass die beiden sich zu 1 addieren müssen. Ich kann also anstatt die Wahrscheinlichkeit von Zahl hinzuschreiben, auch einfach 1 minus die Wahrscheinlichkeit von Kopf oder umgedreht hinzuschreiben. Also das wäre bei zwei Strategien möglich. Jetzt müssen wir zu den Auszahlungen von gemischen Strategien bekommen. Und das ist ein wenig schwierig, denn es ist ja wohl klar für die meisten, dass wenn ich eine Auszahlung von 1 mit Sicherheit bekomme, das meistens nicht gleich gut ist wie eine Auszahlung von 0 mit Wahrscheinlichkeit 1,5 und eine Auszahlung von 2 ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Das ist für manche gleich gut, wenn man risikoneutral ist, aber wenn man risikoavers ist, dann wird man die feste Auszahlung von 1 bevorzugen. Wenn man hingegen risikoliebend ist, was auch möglich ist, dann würde man vielleicht sogar die Lotterie lieber mögen. Genau aus diesem Grund, weil gemischte Strategien eben diese erwarteten Auszahlungen produzieren, haben von Neumann und Morgenstern schon 1944 in ihrem Buch die sogenannte Erwartungsnutzen-Theorie eingeführt. Man nennt sie auch die von Neumann-Morgenstern-Theorie oder von Neumann-Morgenstern-Erwartungsnutzen-Theorie. Diese Theorie werden Sie sicherlich sehr bald in der Mikro sich genauer anschauen, deswegen werde ich hier jetzt nicht darauf eingehen. Die ist aber natürlich ganz, ganz wichtig für die Entscheidungstheorie und auch ganz zentral für die Spieltheorie. Hier können wir allerdings auch einen kleinen billigen Ausweg gehen, indem wir ganz einfach sagen, diese Leute sind einfach alle risikoneutral. Und dann können wir natürlich auch die Auszahlungen, die in dieser Matrix drin sind, als Geldauszahlungen interpretieren. Das heißt, wir tun also so, als wären die Leute risikoneutral und ignorieren das ganze Problem mit der Risikoaggression. Das ist der Weg, den wir auch gehen werden in dieser Vorlesung. Wir ignorieren das Problem, müssten aber immer im Hinterkopf behalten, dass formal gesehen das nicht ganz korrekt ist. Der formal gesehen richtige Weg ist, dass man die Zahlen, die in der Matrix stehen, das heißt also alle Zahlen, die an diese Auszahlungsfunktion angegeben werden, nicht wirklich Geldauszahlungen sind, sondern das sogenannte Bernoulli-Nutzen. Das ist also schon ein Nutzenwert, der transformiert wurde durch eine von Neumann-Morgenstein-Nutzen-Funktion. Und wenn man das so macht, dann ist alles korrekt, dann kann man diese Erwartungsnutzen ausrechnen, als wären sie Geldauszahlungen. Da wir aber keine Zeit haben, leider in dieser Vorlesung auf die von Neumann-Morgenstein-Erwartungsnutzen-Theorie einzugehen, müssen wir hier diesen etwas billigen Ausweg nehmen. Also ab jetzt sind die Leute einfach risikoneutral. So, wie rechne ich das jetzt in einem konkreten Fall aus? Zum Beispiel in diesem Matching-Pennies-Spiel. Nun, was ist die Auszahlung, wenn, angenommen, beide Spieler randomisieren? Das heißt also, der erste Spieler wählt mit Sigma 1 von K seine erste Zeile und mit 1 minus Sigma 1 von K seine zweite Zeile. Und genauso, der zweite Spieler wählt mit Sigma 2 von K seine erste Spalte und mit 1 minus Sigma 2 von K seine zweite Spalte. Jetzt ist die Frage, wie berechne ich eine erwartete Auszahlung hier? Der Spieler 1 bekommt manchmal 1, manchmal minus 1, manchmal minus 1, manchmal 1. Was sind die Wahrscheinlichkeiten? Und was ist die erwartete Auszahlung? Die Wahrscheinlichkeiten sind einfach, da beide Spieler unabhängig voneinander mischen, weil man natürlich nicht weiß, was der andere Spieler macht. Man mischt unabhängig voneinander, sind es einfach das Produkt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zum Beispiel in dieser Zelle hier landen, ist das Produkt von dieser Wahrscheinlichkeit mit dieser Wahrscheinlichkeit. Okay, das sehen Sie genau hier zum Beispiel. Dieses Produkt, das ist also 1 minus Sigma 1 von K mal 1 minus Sigma 2 von K. Und dann multipliziere ich das noch mit der Auszahlung, die man in diesem Fall dann bekommen würde. Das ist 1, weil es hier um den Spieler 1 geht. Also diese 1. Dann bekommt er auch noch diese 1. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Na ja, mit der Wahrscheinlichkeit Sigma 1 von K. K mal Sigma 2 von K. Das Produkt wiederum. Und diese Minus 1 bekommt er dann eben mit dem Produkt Sigma, das war die falsche, diese Sigma 1 bekommt er mit Sigma 1 von K mal 1 minus Sigma 2 von K. So, und so können wir alle vier Zellen abdecken. Nun, jeweils mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit multiplizieren wir dann die Auszahlung. Das gibt die erwartete Auszahlung. Nun kommt ein gewisses Notationsungeheuer. So kann man das nämlich im allgemeinen Fall machen. Nehmen wir also an, wir hätten nicht nur zwei Spieler, sondern n Spieler. In n Spieler Fall müssten wir wiederum die Wahrscheinlichkeiten, dass eine bestimmte Zelle S, also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zelle hier zum Beispiel getroffen wird? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Spieler die entsprechende Strategie wählt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Spieler die entsprechende Strategie wählt und mal, dass der dritte Spieler und so weiter. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Produkt von Wahrscheinlichkeiten. Das ist genau dieses Ding. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle S gespielt wird. N Wahrscheinlichkeiten, da wir n Spieler haben und jeder muss seinen Teil der Strategie, des Strategien-Tupels S spielen. Also S besteht ja aus einer Strategie für den ersten Spieler, für den zweiten Spieler und so weiter bis zum enden Spieler. Und damit die alle ihre jeweiligen Strategien spielen, brauchen wir diese Wahrscheinlichkeiten Sigma J von SJ. So, das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zelle gespielt wird. Dann haben wir hier die Auszahlung, die man dann, die der Spieler I dann in dieser Zelle bekommen würde. Das ist also die Auszahlungsfunktion I, wenn Strategien-Tupel S gespielt wird. S ist immer eine reine Strategie. Und dann addieren wir das einfach über alle Strategien-Tupel, die es gibt. In diesem Fall hier oben bei Matching-Pennies wären das eben diese 4. Das heißt, wir haben hier diese Summe aus diesen 4 Termen. Das wären hier in diesem Fall also 4. Wenn wir n Spieler haben und dann haben die auch noch mehr als 2 Strategien, dann können das natürlich unter Umständen eine sehr, sehr große Summe sein mit sehr vielen Termen. Aber das ist der allgemeine Ausdruck. Das ist die Auszahlung, die der Spieler I bekommt, wenn er selbst die Strategie Sigma I spielt und alle anderen entsprechend einer Sigma-I-Strategie spielen. So. Wenn wir jetzt die Notation aus dem Weg haben, dann können wir gemischte Strategien auf zwei Sachen anwenden, die wir schon gehabt haben, aber die wir jetzt erweitern werden. Nämlich auf Dominanz, insbesondere strikt Dominanz, und auf das Konzept des Nash-Gleichgewichts. Für beides brauchen wir sie, aber sie funktionieren ein wenig unterschiedlich. Da muss man aufpassen. Hier ist ein Beispiel, wo der Spieler I drei reine Strategien hat, oben, Mitte, unten. Und Sie sehen, dass, wenn ich mir nur die Strategien so anschaue, dass keine der Strategien strikt dominiert ist. Manchmal, also hier zum Beispiel, wenn ich oben mit unten vergleiche, dann sehe ich, hier bekomme ich zwar drei, aber hier bekomme ich die Eins gegenüber der Null und umgedreht bei Mitte. Das heißt also, keine Dominanz in reinen Strategien. Jedoch, wenn ich es schaffe, mir eine Mischung herzunehmen von oben und Mitte, und wenn ich weiß, dass ich risikoneutral bin, kann ich mir den Erwartungswert anschauen und dann kriege ich in beiden Fällen immer eine Mischung aus drei und Null und Null und drei. Das heißt, ich bekomme immer, wenn ich eine Mischung von ein Halb O und ein Halb M bekomme, bekomme ich immer drei Halbe. Und diese drei Halbe, egal was der Spieler zwei macht, ob er links spielt oder rechts spielt, in beiden Fällen bekomme ich hier eine Auszahlung von drei Halbe übrigens. Die ist natürlich besser als die Auszahlung von unten, die ja in beiden Fällen eins wäre. Das heißt also, egal was der Spieler zwei tut, diese Mischung hier wäre strikt besser als die Strategie unten. Und damit ist U strikt dominiert durch diese Mischung. Das heißt, wenn ich also meine, wenn ich also eine gemischte Strategie mir anschaue, formal hingeschrieben ist das ein Halb, ein Halb, Null, weil ich U gar nicht benutzen werde, die dominiert die Strategie U strikt. Und damit kann ich U wegstreichen. Sie wird nicht gespiegelt werden, weil ich mit oben und Mitte immer bessere Alternativen habe. Ich habe immer Strategien, die sind strikt besser als die Strategie unten. Deswegen sollte ich sie nicht benutzen. Das ist also die Art, wie wir das erweitern werden. Und damit können wir unsere Definition auch verallgemeinern. Wir hatten diese Definition schon, aber hier stand auf der linken Seite eine reine Strategie. Jetzt erweitern wir das auf eine gemischte Strategie. Und die neue Definition lautet also, eine Strategie SI' wird durch eine gemischte Strategie Sigma I' strikt dominiert, falls die Auszahlung, die ich mit der gemischten Strategie bekomme, und die steht hier, strikt größer ist als die Auszahlung, die ich mit der reinen Strategie SI' bekomme, für alle, und das ist ganz wichtig, für alle möglichen Strategienkombinationen der anderen Spieler. Egal, was die anderen Spieler tun, wenn ich mit meiner gemischten Strategie mehr bekomme, dann kann ich die Strategie SI' eliminieren, weil sie strikt dominiert ist. Das erweitert also jetzt unsere Definition von strikter Dominanz und das ist auch ab jetzt unsere endgültige Version. Das heißt, wir benutzen ab jetzt immer nur noch diese Definition. Wenn ab jetzt also die Aufgabe ist, eliminieren Sie strikt dominierte Strategien, dann ist immer gemeint, Sie dürfen auch gemischte Strategien benutzen zur Elimination und Sie sollten sie auch benutzen. Okay, jetzt kommt die zweite Art, wie wir gemischte Strategien benutzen können. Und das ist das gemischte Nash-Gleichgewicht. Wir hatten ja schon gesehen, bei Matching Pennies und auch bei dem Steinschere Papier, dass wir gerne randomisieren würden. Und dazu müssen wir natürlich jetzt die Definition des Nash-Gleichgewichts erweitern auf den Fall von gemischten Strategien. Das geht eigentlich ganz genauso wie im reinen Strategienfall. Das heißt, jeder Spieler muss eine beste Antwort spielen. Das heißt also, jetzt ist ein Strategienvektor ein Vektor von gemischten Strategien, Sigma 1 bis Sigma n. Und das ist ein Nash-Gleichgewicht, falls jeder Spieler eine beste Antwort spielt. Also verbal hat sich da nichts groß geändert. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt überall hier für gemischte Strategien erlauben. Das heißt, meine Strategie Sigma i muss einen Erwartungswert geben, der besser ist oder genauso gut ist wie alle anderen möglichen Strategien, die ich zur Verfügung habe. Und alle Strategien, die ich zur Verfügung habe, sind ja alle meine gemischten Strategien. Gegeben, was die anderen tun natürlich, deswegen steht da wieder das Sigma minus i Stern. Das ist also das, was die neue Definition von Nash-Gleichgewicht bedeutet. Keiner darf im Nash-Gleichgewicht eine Strategie benutzen. Wenn es dazu eine bessere Strategie, eine strikt bessere Strategie gäbe, dann wäre sie keine beste Antwort. Jetzt können wir uns aber das Leben ein wenig leichter machen, denn es reicht tatsächlich zu überprüfen, ob diese Bedingung hier gilt für alle reinen Strategien. Wir brauchen das nicht für alle gemischten Strategien überprüfen. Diese beiden Aussagen sind nämlich äquivalent. Es wäre auch ein wenig unschön, wenn wir dieses hier überprüfen müssten. Warum? Weil es davon unendlich viele gibt. Von den Mischungen gibt es nun mal unendlich viele. Und wenn wir etwas überprüfen müssten für unendlich viele Bedingungen, dann wäre das unangenehm. Hiervon gibt es endlich viele von den reinen Strategien. Das heißt, wir müssen es nur überprüfen für endlich viele. Oft eine sehr kleine Zahl. Dann geht das. Warum ist das so? Warum sind diese beiden Bedingungen äquivalent? Der Punkt ist, dass ich hier diese Bedingung überprüfe für eine feste Strategie der anderen Spieler. Das heißt, ich gehe davon aus, ich weiß, was die anderen Spieler spielen werden. Was ist meine beste Antwort? Und ich behaupte jetzt mal, dass eine gemischte Strategie von mir nie besser sein kann als die beste meiner reinen Strategien. Das heißt also, ich kann ohne Probleme diese beiden hier austauschen. Ich behaupte, dass die beste von meinen reinen Strategien mindestens genauso gut ist wie die beste der gemischten Strategien. Das heißt, ich kann sie austauschen. Warum ist das so? Das liegt an der Tatsache, dass gemischte Strategien nichts anderes sind als gewichtete Durchschnitte. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier ist jetzt nochmal die Notation in aller Schönheit. Sie sehen, so wie wir es vorher schon hingeschrieben haben, was ist die Auszahlung einer gemischten Strategie. Das ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten mal die Auszahlung, die ich in der Zelle S bekomme. Und jetzt kann ich diese Summe mal Produkt, die kann ich jetzt ein bisschen anders schreiben. Und zwar kann ich ja mal rausziehen, was mich selber betrifft, nämlich meine Strategie. Und die der anderen kann ich hier zusammenfassen. Das ist ja nichts anderes hier als das da, was hier steht. Ist ja nichts anderes als die Auszahlung meiner reinen Strategie SI gegen die gemischte Strategie der anderen Spieler. Und zwar spielen die anderen Spieler mit der Strategie Sigma minus I. Das heißt, ich kann das schreiben als meine Strategie SI gegen die gemischte Strategie der anderen Spieler Sigma minus I. Und in dieser Schreibweise sehen Sie jetzt folgendes. Die Auszahlung einer gemischten Strategie gegen eine feste Strategie der anderen Spieler ist nichts anderes als ein gewichteter Durchschnitt der Auszahlungen der reinen Strategien. Sie sehen hier die Gewichte und Sie sehen hier, dadurch, dass hier summiert wird, sehen Sie, dass das ein Durchschnitt ist von allen, von diesen Zahlen hier. Und wenn ich jetzt mal einen Durchschnitt von Auszahlungen bilde, dann ist klar, dass der Durchschnitt nie höher sein kann als die höchste Zahl, über die ich den Durchschnitt bilde. Also wenn ich zum Beispiel ganz einfach mal eine Menge mir anschaue von Zahlen, sagen wir mal 11, 5, 17, 8. Ich nehme darüber einen Durchschnitt und das muss jetzt nicht ein gleichgewichteter Durchschnitt sein. Es kann sein, dass ich dieses hier mit Gewicht 1,5 ansehe und das hier mit 1,5 und so weiter. Nur, dass eben diese Gewichte, das sind diese hier, die müssen natürlich sich zu 1 addieren. Und egal, wie ich diese vier Zahlen hier gewichte, der Gewicht der Durchschnitt kann natürlich nie höher liegen als 17. Weil das immer eine konvexe Mischung ist von all diesen vier Zahlen. Das heißt, es ist unmöglich, dass der Durchschnitt mir mehr liefert als die beste reine Strategie. Und das ist genau der Grund. Eine gemischte Strategie kann nicht besser sein als die beste der reinen Strategien. Moment, werden Sie sagen. Eben hat er doch bei der Dominanz was anderes behauptet. Habe ich allerdings nicht. Wenn man nochmal kurz zurückgeht. Bei der strikten Dominanz haben wir gesehen, dass eine gemischte Strategie eine reine Strategie dominieren kann. Das tut sie aber, weil sie besser ist, egal was die anderen Spieler tun. Das heißt also, ob der andere Spieler links spielt oder rechts spielt, das wissen wir nicht. Und deswegen ist die gemischte Strategie besser. Wenn ich davon, wenn ich schon wüsste, was der andere Spieler spielt, also wenn ich zum Beispiel schon wüsste, dass der andere Spieler auf jeden Fall links spielt, dann könnte natürlich diese Mischung aus oben und unten nicht besser sein als die beste der reinen Strategien. Nämlich dann wäre die beste reine Strategie natürlich oben und nichts kann besser sein als oben in diesem Fall. Also, der Unterschied ist, hier bei den Dominanzen weiß ich nicht, was der andere Spieler tut. Und deswegen ist eine gemischte Strategie gut und kann sogar eine reine Strategie dominieren. Bei dem Nash-Gleichgewicht gehe ich davon aus, dass ich schon weiß, was der andere Spieler spielt. Das heißt also, es geht um eine feste Strategie der anderen Spieler. Dieses Sigma minus i ist eine feste Strategie. Und dann kann eine Mischung nie besser sein als die beste der reinen Strategien. Und insofern kann ich und darf ich diese Vereinfachung hier machen. Denn ich benutze ab jetzt immer dieses hier zum Überprüfen. Das heißt, wenn ich schauen möchte, ob eine gemischte Strategie ein Misch-Gleichgewicht, eine beste Antwort ist, schaue ich mir an, ob ich irgendeine reine Strategie finden kann, die strikt besser ist. So, jetzt wollen wir diese Definition von gemischten Gleichgewichten mal anwenden auf Matching Pennies. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das Gleichgewicht hier ist, dass beide Spieler jeweils mit Wahrscheinlichkeit ein Halb randomisieren. Das heißt, sie spielen mit ein Halbkopf, mit ein Halbzahl. Und das machen beide Spieler. Wie können wir das überprüfen? Wir schauen uns einfach mal die Auszahlungen an. Was ist die erwartete Auszahlung, wenn beide Spieler ein Halb, ein Halb randomisieren? Was ist die Auszahlung für Spieler 1? Nun, er bekommt mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Das ist ein Halb mal ein Halb. Ein Halb mal hier. Mal ein Halb mal hier. Bekommt er die 1. Mit ebenfalls ein Viertel Wahrscheinlichkeit bekommt er Minus 1, dann nochmal 1, dann nochmal Minus 1. Das heißt, jede Zelle ist gleich wahrscheinlich. Jeder hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 Viertel. Und das heißt, wir bilden den Durchschnitt aller dieser vier Zahlen. Und das ist natürlich 0. Kann es nun irgendeine Strategie geben, die besser ist als das? Habe ich irgendeine Strategie, insbesondere eine reine Strategie, die mir mehr als 0 gibt? Vorausgesetzt, der andere Spieler wählt ein Halb, ein Halb. Nun, ich kann ja mal überprüfen, was mir Kopf gibt. Kopf gibt mir mit Wahrscheinlichkeit ein Halb 1 und mit Wahrscheinlichkeit ebenfalls ein Halb minus 1. Das macht im Durchschnitt 0. Und Zahl ganz genauso, wenn ich Zahl spiele, bekomme ich auch Minus 1 mit Wahrscheinlichkeit ein Halb und 1 mit Wahrscheinlichkeit ein Halb. Und damit bekomme ich wiederum 0. Das heißt also, sowohl Kopf als auch Zahl geben mir nicht eine höhere Auszahlung als diese 0 hier. Und damit ist ein Halb, ein Halb, diese Strategie eine beste Antwort. Weil keine meiner reinen Strategien mir mehr gibt. Nun, sie geben mir auch nicht weniger. Und da haben wir auch schon ein gewisses Problem bei diesen gemischten Strategien. Ich habe jetzt keinen strengen Einreiz, tatsächlich diese gemischte Strategie zu wählen. Weil auch eine reine Strategie würde mir dieselbe Auszahlung geben, solange der andere Spieler bei seiner Mischung bleibt. Aber wie lange würde er das tun? Wenn ich von meiner Strategie abweiche und jetzt zum Beispiel immer Zahl wähle, würde natürlich der andere Spieler nach kurzer Zeit das merken. Und auch von seiner gemischten Strategie abweichen. Er würde konkret, er würde mich dann immer Kopf wählen und damit würde ich immer verlieren. Also, um nicht zu verlieren, sollte ich nicht von meiner gemischten Strategie abweichen. Das heißt, wir haben jetzt gerade gezeigt, da ja alles symmetrisch ist, für beide Spieler ist ein Halb, ein Halb, ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Und tatsächlich ist es das einzige Nash-Gleichgewicht, das existiert in diesem Spiel. Also Matching Pennies ist so das typische Beispiel für ein Spiel mit nur einem Nash-Gleichgewicht und zwar nur in gemischten Strategien. So, jetzt muss man natürlich noch was dazu sagen, nämlich wie findet man diese Nash-Gleichgewicht? Ich hatte vorhin einfach behauptet, es ist ein Halb, ein Halb. Aber in einem allgemeinen Spiel ist die Frage, wie finden wir denn das? Und eine wichtige Regel existiert, die lautet, wenn man in einem Gleichgewicht mischt, dann müssen alle Reihenstrategien, die in der Mischung benutzt werden, die müssen gleich gut sein. Das heißt, die müssen dieselbe erwartete Auszahlung liefern. Warum ist das so? Ganz einfach. Nehmen wir an, ich würde mischen über eine gute oder über zwei gute und über eine schlechtere Reihenstrategie. Dann kann ich natürlich schlicht und einfach die schlechtere Strategie ersetzen durch höhere Gewichte auf eine der guten Strategien. Und warum sollte ich dann die benutzen? Das heißt also, ich werde natürlich nicht mischen zwischen Strategien, die nicht mir dieselbe Auszahlung geben. Sondern es nur über solche, die mir im Erwartungswert dieselbe Auszahlung liefern. Und das ist auch tatsächlich dann der Trick, wie man die Nash-Gleichgewichte findet. Man setzt einfach die erwarteten Auszahlungen gleich und löst danach den Wahrscheinlichkeiten auf. Das können wir jetzt mal hier ausprobieren an dem Beispiel des Battle of Sexes, das wir ja schon kennen. Wir haben schon festgestellt, dass es zwei reine Nash-Gleichgewichte gibt, nämlich BB und FF. Also beide gehen zum Ballett, beide gehen zum Fußball. Das ist ein Nash-Gleichgewicht. Kann man leicht feststellen, natürlich unterstreichen. Aber das ist wiederum ein weiterer Funfact über Nash-Gleichgewichte. Fast alle Spieler haben eine ungerade Anzahl an Nash-Gleichgewichten. Das heißt, wenn sie zwei gefunden haben, schauen sie weiter. Es gibt höchstwahrscheinlich noch ein drittes. Und so ist es auch hier. Hier gibt es ein drittes Nash-Gleichgewicht. Und zwar in gemischten Strategien. Wie finde ich das? Nun nehmen wir einfach mal an, der Spieler 1 mischt mit Wahrscheinlichkeit Sigma 1 von B. Und die übrig gebliebene Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann 1 minus Sigma 1 von B. Und Spieler 2 mischt genauso. Nicht unbedingt mit derselben Wahrscheinlichkeit. Damit die beiden Spieler bereit sind, zwischen B und F zu mischen, müssen beide, wie wir gerade gesagt haben, dieselbe Auszahlung liefern. Schreiben wir die Auszahlung hin. Wenn Spieler 1 B spielt, dann bekommt er in Abhängigkeit davon, wie Spieler 2 wählt. Und das ist die Wahrscheinlichkeit mit der Spieler 2. Also die Frau mischt, sie mischt mit Sigma 2 von B und 1 minus Sigma 2 von B. Und wenn er also B spielt, bekommt er 1 mit Wahrscheinlichkeit Sigma 2 von B und die 0. Die kann ich eigentlich auch gleich weglassen. Und wenn er F spielt, bekommt er 0 mit Sigma 2 von B. Kann ich weglassen. Und die 2 mit 1 minus Sigma 2 von B. Und das gibt eine erwartete Auszahlung von 2 minus 2 mal Sigma 2 von B. Jetzt sollen die beiden Auszahlungen gleich sein. Das habe ich hier hingeschrieben. 2 muss also sein gleich 3 mal Sigma 2 von B, wobei ich das 2 mal Sigma 2 von B schon hier rüber gebracht habe. Und dann teile ich durch 3 und dann bekomme ich sofort Sigma 2 von B muss also 2 Drittel sein. Wenn das nicht so wäre, wenn die Frau nicht mit Sigma 2, also mit 2 Drittel Wahrscheinlichkeit zum Ballett gehen würde, dann würde der Mann nicht bereit sein zwischen B und F zu mischen. Und jetzt können wir dasselbe noch für den Spieler 2, also für die Frau machen. Da hängt jetzt die Auszahlung von der Mischungswahrscheinlichkeit von Spieler 1 ab, also von Mann. Sigma 1 von B wäre hier jetzt angebracht. Die Frau bekommt 2 mit Sigma 1 von B und 0 ansonsten. Und sie bekommt die 1 hier mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Sigma 1 von B. Setze ich wieder die beiden Auszahlungen gleich, bringen die Sigma 1 von B hier rüber. Steht 1 geteilt 1 ist gleich 3 mal Sigma 1 von B oder Sigma 1 von B muss 1 Drittel sein. Das heißt, der Mann muss zum Ballett gehen mit 1 Drittel Wahrscheinlichkeit. Und damit hatten wir jetzt schon unser gemischtes Gleichgewicht gefunden. Ich kann das so hinschreiben oder vielleicht so hin. Ich schreibe also 1 Drittel, 2 Drittel, das ist die Wahrscheinlichkeit für den Mann. Und 2 Drittel, 1 Drittel ist die Wahrscheinlichkeit für die Frau. Das heißt, der Mann geht zum Ballett mit 1 Drittel Wahrscheinlichkeit und zum Fußball mit 2 Drittel Wahrscheinlichkeit. Und die Frau geht zum Ballett mit 2 Drittel und 1 Drittel. Das ist das gemischte Gleichgewicht hier. Und es ist klar, dass dies bedeutet, dass wenn der andere Spieler so mischt, dass dann, wenn der zweite Spieler so mischt, ist der erste indifferent zwischen den verschiedenen Strategien, die er hat. Also in diesem Fall B und F. Das war's für heute. Das war's für heute.